Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Workaround für die Valve Index Controller, wenn man das Problem hat, dass man die Grifftaste irgendwann nicht mehr loslassen kann. Also bleibt dran. Ja Leute, das Problem haben nicht viele, aber im Internet findet man einiges darüber, wenn man Sweaty Hands oder weiß wer gar was alles in Google eingibt, dann findet man einige Reddit-Einträge. Also es gibt mehrere Leute, die dieses Problem haben und ich bin einer davon. Ich habe jetzt kein großes Problem, dass meine Hände ständig schwitzen, aber wenn ich längere Zeit spiele und habe den Controller an und dann liegt ja quasi die Kunststofffläche hier immer die ganze Zeit permanent, wenn man jetzt so macht natürlich sowieso, aber auch wenn man so macht, liegt hier immer Kunststoff die ganze Zeit an der Hand an. Hier fange ich dann leicht an zu schwitzen und somit wird diese Fläche hier, diese Grifffläche, die über kapazitive Sensoren verfügt, wird feucht und so können die Sensoren irgendwann nicht mehr unterscheiden, wird es hier festgehalten oder nicht und so kann man irgendwelche Sachen nicht mehr loslassen, Schwerter nicht mehr loslassen und so weiter und so fort. Und das könnt ihr vergleichen, ihr wascht euch jetzt die Hände, was man momentan ja sehr oft macht und versucht einfach mal am Handy irgendwas da mitzumachen. Könnt ihr knicken, ist das gleiche Problem. Und ja, ich habe schon echt sehr, sehr lange damit zu tun, mitzukämpfen. In fast jedem längeren Livestream habe ich das Problem und es nervt nur noch. Und beim letzten Mal Maddler of Honor hat es mich so dermaßen gestört, dass ich nochmal auf die Suche gegangen bin, um Lösungen zu finden. Und jetzt habe ich eine gefunden und die kommt nicht von mir selber, die habe ich auch in einem Reddit-Eintrag gefunden. Und ich denke so, ach komm, probieren wir einfach mal aus. Vielleicht hilft es und man kann dann ohne Probleme spielen. Und zwar sind das diese Handschuhe hier. Sehen komisch aus. Sind Arthrose oder Arthritis-Handschuhe, Kompessionshandschuhe nennt man die auch. Ich finde sie sehr bequem. Ich habe mir die in L, glaube ich, bestellt. Ich zeige euch gleich natürlich auch die Amazon-Seite. Und der Link ist sowieso in der Beschreibung. Ist ein Affiliate-Link. Damit unterstützt ihr meine Arbeit auch noch. Und zahlt aber keinen Cent mehr. Auf jeden Fall zieht man diese hier an. Und ja, die Hände werden trotzdem noch erkannt. Man hat nicht mehr das Problem, dass man mega feuchte Hände hier bekommt, weil hier auch, ja, was dazwischen ist, zwischen Kunststoff und Hand. Und ja, also ich habe jetzt echt längere Zeit damit gespielt und ich hatte absolut keine Probleme. Und die sind echt gut, die Teile. Einzige Problem, was ich hatte im, ja, im Hellsplit-Livestream gestern. Mein Controller ist zerbrochen. Und ich zeige euch das mal kurz. Ihr seht hier zwei Risse. Die, äh, die gehen dann hier auch rüber, zack. Also der ist fast komplett einmal komplett durchgerissen. Und, äh, also es gab natürlich einen lauten Knall, aber ich habe eigentlich auf einen Vorhang ein bisschen gehauen. Und, äh, so fest war es gar nicht. Ich habe auch meine Hand überhaupt nicht verletzt. Aber, ähm, ja, das hat den, äh, Controller zum Brechen gebracht. Und, äh, äh, und, äh, ja, danach hat er sich abgeschaltet. Er lässt sich jetzt aber wieder einschalten. Funktioniert sogar. Alles, alle Knöpfe funktionieren. Aber, äh, man kann den so nicht mehr gebrauchen. Und ich habe Kontakt mit dem Valve-Support aufgenommen. Und, äh, hätte ich nie, äh, gedacht. Also die tauschen mir den definitiv aus. Und, äh, muss man sagen, Hut ab, äh, von Valve-Index-Support oder Valve-Support, äh, Wahnsinn. Also hätte ich nicht erwartet. Und, äh, kann ich nur Daumen raufgeben. Mega freue ich mich drüber. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass die so schnell brechen. Also, äh, der, der Oculus-Touch-Controller ist mir noch nie gebrochen. Und der hat das Gleiche mitgemacht. Und, äh, von daher, ja, bin ich von der Qualität jetzt auch nicht so mega, äh, begeistert, sage ich ganz ehrlich. Klar, es ist alles nur Kunststoff. Und, äh, aber die müssen einfach mal einen kleinen Schlag gegen die Wand abkönnen. Das muss einfach so sein. Denn, äh, nicht jeder hat hier 5x5 Meter oder 10x10 Meter Platz, um, äh, VR zu zocken. Und, äh, bei einigen Spielen, Hellsplit ist so einer, da, ähm, ja, kann das schon mal passieren, dass man die Wand berührt. Hier war es jetzt die Tür. Aber da war der Greenscreen-Vorhang davor. Was auch noch mal ein bisschen gedämpft hat. Aber gut. Ja, Leute. Gehen wir mal kurz auf die, auf die Seite von Amazon. Und dann zeige ich euch das mal ganz kurz. So, hier haben wir die Handschuhe. Die kosten 14,99 Euro. Und die waren auch relativ schnell da. Könnt ihr in verschiedenen Farben euch aussuchen. Das ist natürlich auch eine coole Farbe. Aber ich habe mir hier dieses Zweier-Paket für 15 Euro geholt. Dann kann man auch mal wechseln. Kann man die, ja, die anderen mal in die, in die Wäsche schmeißen. Und, äh, ja. Ich habe mir die in L geholt. Man, äh, hat auch irgendwo eine Größentabelle. Hier seht ihr die. Äh, messt euch diese. Ich mach's mal. Macht der das groß? Ja, der macht's groß. Messt euch hier das ab. In Zentimeter. Und dann wüsst ihr ungefähr, welche Größe ihr hier bestellen müsst. Und, äh, ja. Also bei mir hat's echt Wunder gewirkt. Hätte ich echt nicht erwartet. Und, äh, wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Und, äh, wenn ihr auch davon geplagt seid, dass ihr in einigen Spielen auf einmal die Waffe nicht mehr loslassen könnt. Äh, keine Waffe ziehen könnt. Oder so weiter. Äh, dann hilft euch das definitiv weiter. Hier sind die nochmal in schwarz, die Teile. Und, äh, ja. Also erster, erster Test. Ich hab, ich glaub, jetzt insgesamt sechs Stunden gespielt. Ich hatte kein einziges Problem mit dem Greifen. Und, äh, ja. Das sagt schon was aus. Sonst hab ich das nach einer Stunde, hab ich das Problem. Und, ja. Wenn ihr so ein Zweierpaket holt und ihr habt irgendwann wirklich so nasse Hände, das Problem hab ich jetzt nicht. Aber ihr habt so nasse Hände, dann tauscht die doch einfach aus und spielt weiter und gut ist. Also, für mich ein perfektes, äh, Workaround. Vielleicht für euch auch. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Habt ihr das gleiche Phänomen schon mal erlebt? Äh, wenn ja, gerne mal in die Kommentare. Auch wenn er es, äh, noch nicht erlebt hat, das Problem. Auch gerne in die Kommentare. Aber wenn ihr sagt, cool, danke, dass du mir jetzt, äh, so eine Lösung hier präsentiert hast, würd ich mich natürlich freuen, wenn ihr das auch mal in die Kommentare schreibt. Und, äh, ja. Sowieso Daumen hoch. Abo nicht vergessen. Dann, äh, werdet ihr immer informiert, wenn solche Videos hier erscheinen. Und, ja. Ich sag einfach mal, Dankeschön fürs Zuschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.